so ein wunderschön 24 Particles of pain Partikel der Schande naja pain hält jetzt etwas schränke also wenn man jemanden kränkt also sowas in der Art so hier wurden wir gleich wieder auch wieder von Anfang an geschossen mal gucken hier können wir uns nicht zurückziehen nope renn den Kopf gegen die Handjürgen er kann ja alles anrufen oh nein äh wo waren die jetzt überhaupt äh hallo? hey, wo waren wir? so gar nicht oh da war die wow er ist ja auch nicht okay Okay. Aha, kaa. Kann passieren Kann passieren Kann passieren Kann passieren Kann passieren Das war's. Oh my goodness, oh my goodness. Was habt ihr denn gemacht? Was habt ihr umgebracht? Er war doch euer Freund. Naja, auf Wiedersehen hat er eine Rune getrocknet. Oh, was habt ihr? 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 Wir sind jetzt schon? Ja. Oh, der muss hier raus. Oh, der muss hier raus. Da. Oh, Alter, Leute. Haha. Oh, Alter. Ja. Geht mal auf hier. Geht mal auf. 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 Gut. Was ist denn der von Schiff nicht? Ah doch hier! Oh Gott! Fuck! Doch bin ich wohl wohl zu weit geslädert. Was war das hier eigentlich? Ist das so? So, fangen wir die Gefakten. Ich werde ja alle Gegner rauslocken. Was? Ach ja, scheiße, ich war ja gedamaged. Ach Mann ey. Du anfangen. Du anfangen. Erfangen. Mach keinen Sinn. Ich bin, erfangen. Ich bin, er trifft einfach an siquiera. Echt? Ich bin, erfangen Sie nicht. Hallo, lieber Spinner! Boah, alter Mann! Die Presse war vorne! Na, guck mal her! Oh, ich kriege immer noch zum Fall! Oh Gott, da sind das viele! Wenn ich ehrlich sagen darf, bist du zu viele für meinen Geschmack! Hallo? 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 Oh Gott, ganz schnell! Oh Gott, ganz schnell! Oh Gott, ganz schnell! Oh Gott, ich habe einen Gezweiter! Oh Gott, ich habe einen Gezweiter! Oh Gott! Oh Gott! Ja, Alter. Wow, Überholverbot hier. Mann, gibt's hier noch was? Ah! Nicey, dicey. Ja, Sommer geht das natürlich auch, ne? Hält ja doch mal. Komm, dankeschön. Boah, Alter, ist es so rot einfach und sieht gar nichts mehr. Muss ich hier noch? Ja doch. Oh nein, oh Gott. Oh, geil, Alter. Das mit dem Ding da in der Luft sieht echt krank aus. Also, positiv natürlich jetzt krank, ne? Oh, Alter, noch mehr. Ich brauche einen sicheren Spot. Oh, Alter, noch einer. Ich brauche jetzt mal wieder raus. Wobei mir gerade auffällt, da liegt ein bisschen BFG-Munition. Vielleicht? Oh, Alter. Ernsthaft jetzt? Wieso zählt der nach unten? Ne, ne, Leute, das geht ja mal gar nicht. Halt, stopp. Also, wenn BFG-Munition, dann will ich auch entscheiden, was dem Ding hinfiegt, ne? Äh, Gameplay, wo ist denn das Gameplay? Man kann die Schrift nicht lesen. Komplett deaktivieren, ja. Ja, das ist doch genau. So, jetzt kann ich dann meistens wieder eingeschaltet werden. Ist mir dann auch egal. Wow. Wow. Das ist gut, jetzt. hat verstanden danke schön und keine der fein hat und was gewohnt ich bin ich bescheuert auch noch einer auch keine ruhen ist er jetzt nicht euer ernst ist doch nicht euer ernst jetzt noch weiter gut da sieht doch mal weiter die dinge sieht einfach so krank geil aus schlecht so geht er noch weiter die wiesen drehende text wird doch mit sich aus es war nicht geil aus aber witzig doch mal schneller ist ja hier ist schlimm wie der kampf ist egal ob ich das geht bis er da ist ja ja perpektet oder Ja, exakt. Gut, dann können wir jetzt mal noch ein bisschen hier auf Munition sammeln. Vor allem BFG hätte ich gerne komplett voll, wenn ich ein Level beende. Äh, hallo? Aha, sehr schön. Ja, damit kann man leben. Das, doch, relativ gerne. Ich höre hier noch was. Links neben mir ist noch was auf jeden Fall. Und rechts neben mir auch. So, jetzt von rechts neben mir weiß ich, da ist hier so eine Schlucht, die wir noch ausgelassen haben. Genau. Oh, ich habe gerade eine BFG. Oh, lol. Okay. Damit wäre also unser BFG-Problem schon mal gelöst. Da unten nochmal Berserker. Keine Schaden. Wer weiß, bitte schon, was auf uns noch wartet hier. Achso, siehst du, hier gibt es ja eigentlich. Ja, doch, hier gibt es einen offiziellen Weg. Oh nein. Ach, wirklich, ich bin doch nicht mit einem Schlag hier erledigt. Doch. Nee, doch nicht, Alter. Kannst du schon mit dir sch... Äh, hallo? Ist er jetzt tot oder ist er nicht tot? Er ist nicht tot, aber doch klar. Ja, ich habe es verstanden. Ja, ja, war klar, war klar. Weißt du, ich habe alles auf der Welt? Was? Mach was, Herr Volk. Ist mir gerade schon egal. Ach so, sind zwei. Oh, Leute. Ey, es sind sogar drei. Alter, das hat gerade schon wieder keine Ahnung gebracht. Oh, Mann. ja komm, jeck mich mhm, voll klar ja nee, der ist schneller raus, als ich drinnen bin ach, leg mich doch ja, na klar mal beleben die sich gegenseitig, oder was? was hast du jetzt so? also die Dinger gehen mir echt auf den Sack so schnell wie die, manchmal so beschwören würde ich auch gerne mal weiß nicht, ich bin so beschwören oder sowas gut na komm gucken wir mal, wo doch so Gegner sind haben wir bereits haben wir bereits geguckt ja, nochmal ruhen ja 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 Das ist ja auch noch Rüstung. Ich wüsste aber gerne, wo die richtigen Gegner sind. Sag mal, ich will mich ja nicht verstecken. Geht, Decken. Einfach. Geht, Decken. 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 Hier ist ja der Start. Ich meine wie gesagt, Geld sparen wir eh nicht mehr, ich meine wir haben 180.000, das ist ein Witz. So, hätten wir das auch geschafft, oh Gott, schon wieder hier mit Gegnerbesuch am Anfang, oh Gott, vielleicht von zwei Seiten, mindestens, aber es ist ja nicht. Gut, ciao mit V. Ähm, immer diese Feststelltaste und so jetzt so, ciao mit V.